also ich kann ich muss theoretisch alle erledigen weil sonst werden ja nicht diese fallen wird mit dem aufspießen mit dem ventilator komm her nein ok also wir können dahin rennen dann können wir die alle gegen die stange plattung wenn es klappt ich bezweifle dass es gut wird aber man kann ja nie wissen ist sie quasi hier fertig macht und und Oh Scheiße. Hopp. Halte Taste, ja. Ah, Batschen. Okay, auf den Blick. So, da bin ich wieder. Okay. Das ist Nachladen. Ducken. Ah, okay, das muss ich machen. Scheiße. Okay, das andere Wort, dieses Schießen sofort. Okay, versuchen wir es nochmal. Ansonsten wird es ein Reinfall, weil ich eben nicht so viel Leben habe. Versteht schon. So, jetzt kommt der eine von hier. Also? Das ist ein Fighter. Okay. Nein. Doch. Ja. Okay, gut. Gut. Und jetzt am liebsten speichern, ne? Kann ich keinen neuen Spielstand machen. Mal gucken, ob es klappt, ne? Okay, mal gucken, ob es klappt, ne? Ne, verdammt. Und, tschüss. Mist. Ach, scheiße. Eigentlich einfach petites时候. Ja. Nein. Auf geht'Spaus. Da. D metre. Geil. Ich bekomme keine Heilung dafür. Geil. 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 Ja, das war klar. Komm, bleibe ich. Ja, mach es. Okay, cool. Bin gleich wieder da. So, und da bin ich auch wieder zurück nach diesem kleinen interessanten Break. Ihr habt es gesehen. Geht es nun weiter und es hat hier gespeichert, wo ich quasi den Typen... Okay. Okay. Ah shit, das wurde zu weit, oder? Ja, das hat gepasst. Sehr gut. Ähm, jo. Jo, jo. Du kannst sterben. Scheiße. Oh. Ach. Uh! Ow, May... Oh, okay. models, we Harry. Also für estamos wie Sciesz 5. G�. Ich weiß, wie viele gebe ich dir gewinnen. acordes es sehr schwer. ok also wir können den einen festnageln und ich muss versuchen den zweiten auch festzunageln den kräftigen wobei dieser kleinere glaube ich einer der mutiert der sich verwandelt aber ja es lief gut mit dem großen zumindest nehmen anwerfen aber mit dem leben das hat von malz verloren schön immer erst die kaffe ausrüsten ach so warte mal ich hätte ihn doch einfach durch das ding ich weiß du willst es ja einer von den beiden will es auf jeden fall ne der von hinten will es ja doch nicht der von hinten ok gut fehler ich muss ihn packen und direkt durchwerfen einfach durch den schnetzel ventilator das habe ich jetzt natürlich wieder nicht berücksichtigt dass da ja ein ventilator ist also man merkt schon es ist genau wie das hauptspiel von anfang an wirst du dort reingeworfen und kriegst pausenlos auf die oma also pausenlos links rechts ne also du wirst richtig schön durchgenwirbeld aber ja gut so ist es nun mal so ist das spiel aber es ist immerhin gut dass wir mit unseren aktuellen stats die wir haben weiter spielen dürfen dass das nicht quasi als komplett neuer modus gilt sondern wirklich so wie wir wir es beendet hatten so zack rein da genau so wo ist der nächste ich seh nix ich seh nix oh schade ja komm komm du Arsch ich seh nein ja komm das kennen wir schon also einer kommt von unten der andere kommt von der seite und der nächste kam dann theoretisch von hinten nächste kräftige typ also den einen durch den ventilator werfen den anderen mal gucken ja ja ich So. So. Schleißern? Okay, ich werde ganz durch. Scheiße. Scheiße, Mann. Aber gut, wir wissen, wieder was Neues gelernt. Der kommt von da, der kommt von da, der kommt von da und der kommt von da und ... Also wir kriegen zwei kriegen wir beim dritten Harpers. Und das war, glaube ich, einer von der Sorte, die mutiert, die dann zu diesem Muckimen wird. Also zu diesem exquisiten Special Wesen. Okay, gut. Jawohl. Was ist das? Haben wir irgendwas gutes für mich? Heilung. Ja, geil. Ah, nö. Ich will jetzt nicht riskieren, hier irgendwie aufs Maul zu kriegen oder so, ne? Ich speichere kurz. Weil, come on. Also, dat muss, äh, gesafet werden. So. Kommt noch einer von oben? Oder von oben oder von der Seite? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wow. Was? Was? Okay. Du hast mich erschreckt. Stück schreckt. Oh, Mist. Jawohl. Jawohl. Wow. Nein, 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 nein. Nein. War das jetzt der Typ, der... Also von hinten kommt wieder einer. Aber zumindest haben wir die erste Reihe gut geschafft. ... ... ... ... ... ... Willst du mich vorausen? Ich hab doch ge... Wehe. ... ... ... ... ... ... Aber war das nicht so, dass wenn man, dass man immer wieder selber auf laden gehen muss? ... ... ... ... ... ... ... Ja, Mann, das war also von Ass. Okay ... ... ... ... ... ... ... ... ... du so bist habe ich irgendwas zum heilen zum nutzen jetzt hin wieder weg und dann kommt der typ von hier von wo oh scheiße ja 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 Ich höre ihn doch. Okay, cool, 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 bringt mir zwar nichts zu speichern, aber hey, das ist cool. Okay, jetzt haben wir noch den einen Typen. Er kommt gleich runter, ne? Hä? Na komm schon. Danke. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ne. Speichert, geil. Äh. Na lecker. Was ist hier passiert? Das willst du nicht wissen. Gesundheit Stimpack, geil. Ein Gesundheitspack, ne? Mhm. Okay, cool, wir sind wieder weg. Okay. Auf geht's. Okay. Oh. 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 kann ich dagegen schlagen setzte die aktive konsole zurück und dabei 20 mal sterben das sieht ja schon mal sehr gut aus guck dir das an ich dachte wirklich dass den platz gleich auf und dann diese knoten sind destabilisiert was 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 junge willst du mich verarschen das wäre so knapp gewesen ich habe schon kommen sehen dass wir alle sterben das ist jetzt hier game over makellose energieumwandler ok cool ähm die tür hat sich geöffnet aber ich gehe da noch nicht lang denn wie wir wissen man geht niemals den weg der einem vorbegeben wird bingo so könnte ich theoretisch ich mache jetzt keine volle heilung wir heben uns das auf für später weil es wir noch mehr finden sollten mal gucken so links rechts nichts gut dann gehen wir da lang was ist anders ich habe gesehen wozu sie bereit waren und ich bedauere was ich getan habe aber wir müssen weiter kämpfen wir müssen das beenden hören sie da wartet ein fluchtschiff auf uns gehen sie zur ladebucht und ich treffe sie dort was dann wir fliegen einfach davon mit der wichtigsten fracht überhaupt ich habe meine daten auf laufwerke heruntergeladen das erste ist da sie werden auf ihrem weg weitere finden sie gaben dann ihr ein puzzleteil holen sie sie alle und wir können colin laufen seine pläne vereiteln ein letzter job bin dabei was ist das für ein ding enthielt mein experiment brach bei systemausfall aus reichen sie ihm aus kämpfen sie wenn sie müsse ok mein letzter job jetzt reichen sie ihm aus wenn sie müssen kämpfen sie neues audio die herren enthaltenen daten sind mein geständnis von meiner beteiligung an dem was ich in black allen ereignete die geschichte von kalipolis und der wahnsinn von duncan co was hier passiert ist darf sich niemals ausbreiten die folgen wären nicht weniger als ok ein mensch cyborg mutanten hybrid oder was ist das super soldat sieht da wirklich so aus wie so ein roboter trifft auf alien trifft auf mensch das alles zusammen eine heilung ja das ist da brauchen wir keine ding sammeln nutzen sondern wir kriegen heilung aber ob das gut ist das wirklich so gut ist dass wir heilung kriegen die ladebucht ist direkt dahinter mhm ich sage jetzt nicht unsere psyche ist im arsch ja die psyche ist im arsch und das sagt mir ich sollte da lang gehen ja ok da gehe ich gleich hin da ist ne kiste da ist ne kiste da ist ne kiste also das bin Was auch immer? Warte mal. Okay. Ihr Geist erholt sich noch. Halluzinationen sind zu erwarten. Immer schön weiter. Kämpfen Sie weiter. Nein, komm, komm. Dankeschön. Immer schön weiter. Kämpfen Sie weiter? Was? Willst du mich verarschen? Ich hole dir jetzt die Kist. Also, die Kiste ist bereits offen. Warte. Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn jetzt gekriegt? Lass mal gucken. Also. Eine Heilung haben wir die ganze Zeit. Okay, also wir haben jetzt nichts Besonderes bekommen. Das ist schade. Aber hey, weiter geht's. Oh, schade. Okay. Oh, schade. Oh, sehr schön. Eine Bank. Eine, eine, eine Genbank. Also, eine Modifikationsbank. Genau. So war das nämlich. Ähm. Hm. Das haben wir. Was? Ach so, stimmt. Man kann die ja... Stimmt, man kann die ja drucken. Ich habe den Arm eines Angreifers, wenn sie den Nahkampf eines Officers blocken. ok kugeln kugeln klingt gut aber ich glaube nicht wieder aufladbar tempo upgrade medium upgrade medium erhöht die schleuderkraft weiter dass sie kann schwer verletzt werden anschließend das verluste gliedmaßen ok wunderbar gut das reicht und ja ich werde versuchen auf nahkampf zu gehen ich habe ich vergessen leute ich habe ich vergessen es tut mir so leid ich habe mich vergessen ich habe vergessen dass er auch noch existiert das klingt alles so komisch also ist eigentlich nur elektrizität und wasser anscheinend aber irgendwie kommt jetzt jemand großes böses böser wolf und sagt hallo ich bin es vielleicht vielleicht nicht am geobot das ist das denn kann ich da natürlich nicht drüber klettern ist das jetzt der endpost also jetzt noch nicht aber später nicht doch da liegt was scheiße okay wir können klettern das okay wir können wir können einfach einfach gut ja etwas jest und unbeschreiblich gefährlich seien sie vorsichtig jacob okay ich bin ehrlich ich dachte das ist jetzt unser ende ich dachte wirklich wir sind jetzt game over sobald er uns sieht aber wir haben überlebt aber natürlich wort dies nicht das letzte mal dass wir ihn gesehen haben und bis jetzt geschafft so halb oder müssen wir jetzt noch mal an ihm vorbei oder erwischt er uns jetzt ein okay sorry das war das war reflex dass ich einfach zurückgegangen bin das gefängnis hat sich verändert ok wenn sie das sagen das sieht interessant aus also